. Nein, echt, oder? Okay. Was ist los? Ich weiß nicht, ich bin nach links gelaufen und er ist einfach runtergerutscht die Treppe. Nein, nehmen wir wirklich wieder den Kack. Nein, aber nicht, ich habe ihn nur genommen, damit ihm unsere Reichweite tun kann. Du fette Sau. Na? Jawohl. Ah, du willst Chameleon aber. Ja trotzdem, kriege ich auch mal irgendwas. Na ja, ich habe den ersten in einer Woche gehabt, überhaupt. Was ist das für scheiß Brettle? Ja, dann soll ich mal einen Urlaub nehmen, oder? Ja, dann soll ich mal einen Urlaub nehmen, oder? Ach so. Warum ist die jetzt bei dir, die Münze? Ja, ich muss sie ins Ziel bringen. Oh, danke. Ah! Mann! Aber ich habe die Münze zuerst berührt, dahinter. Warum hast du die jetzt mal gehört? Ja, du hast mich rein geschoben. Hey, bin ja vor dir gestanden, wie soll ich die rein schieben? Aber ich bin ja über dich gesprungen. Und das ist jetzt ganz so groß. Aufmerksam, wenn du dich aus. Wettest du dich, was der Geist wird? Ja, ich bin so großartig. Lied das ist nicht ein humility wertvoll. Schade. Na, Dreck! Machst du nur so blöd. Na, tu es irgendwo in den Werk, König. Dann teleportiert man sich in den Abgrund runter. Ja, aber da springt man gleich durch, da muss ich glaube ich stablen über die Vor-Sekunde. Glaube ich nicht. Doch. Tschüss, Markus. Nein! Oh, da muss man eine Sekunde warten, bevor man ihn nicht trifft. Der Markus ist runtergefallen zum Teleporter, der Sieg. Oh, das wäre ja aus, Max. Ja, das hat er ja gemacht. Du bist ja da, ja, okay. Ja, smart. Ich habe mir noch gedacht, warum springt der Spaten einfach runter? Da will ich schon genau in den Teleporter hinein. Das ist natürlich smart, ja. Aber das verhindern wir. Ich weiß nicht, ob ich so weit springen kann. Tschüss, Markus. Warum? Geht nicht die Schränke wieder runter. Nein. Nein. Komm schon! Ah! Nein, ich bin fast zu zweig gesprungen. Es saugt mir schön. Mann! 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 ... Idiot, Markus. Du wirst dich leider nicht losgehen. Warum gut? Der König ist nicht da? Ich weiß es. Kann das nicht. So, wie easy. Ich hab' mir gedacht, wie will er das jetzt? Ah! Eieieiei! Ich bin so dumm. Du in einem richtigen Moment runterfallst du noch von einem Platz vom Landeskönig Gottes aus. Ja. Was tust du da? Ja, so oder nein? Der hat schon mal... Ja, voll! Ist er gespickt? Du musst rechts runter. Du musst rechts runter, ja. Ja. Nein, aber das scheiß Ding spuckt dich einmal nach links und einmal nach rechts. Nein, es spuckt dich nicht in Richtung uns, wo du hinlässt. Ah, wenn du von oben rechts hinten gehst, spuckt dich unter links aus. Haha, das ist doch ein Ding. Boah. Ah! Jawohl. Ich hab' den Rhythmus falsch, Kids. Tschüss Markus. Da ist Hornig. Ja, dann hab' ich gerade noch eine Tor. Jawohl, Sprung, Peter! Ah, verdammt. Uiuiuiui. Da haben wir mich selber gesaved mit dem Ding. Nein! Jawohl! Huh! Comeback! Dreck. Nr0! 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 Dreck!